Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft, die Chroniken eines Dorfes Himmelstern. Heute zu Gast sind die liebe Anni aus dem Drei-Elben-Land und der Cedric-Elseos-TV aus dem Wenz-Land. Hallo! Hallöchen ihr beide. Ja, meine lieben Freunde, heute gibt es mal eine spezielle Folge. Wie angekündigt, gibt es im neuen Jahr eine Überraschung. Diese Überraschung sieht folgendermaßen aus. Ich bin in den letzten Tagen umgezogen und zwar bin ich aus dem fernen Lapien ins neue schöne Reich Oritaria umgezogen, dem Nachbarland vom Wenz-Land. Der liebe Cedric, der liebe Anni und der liebe Enrico, der leider nicht dabei sein kann, haben mich eingeladen in ihr Reich zu kommen, um mir ein neues Land zur Verfügung zu stellen. Und in diesem Reich sind wir jetzt sozusagen. Ja, es ist einiges geschehen in der Zeit, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe und wir schauen uns einfach mal an, was so entstanden ist. Ja. Schauen wir uns mal als erstes den Markt an, oder? Machen wir das? Töne Stau. Gut, dann geht mal vor ihr. Ihr wisst ja, wo es lang geht. Gehen wir mal da rein einfach. Schauen wir uns mal das Ganze an ein bisschen, was so entstanden ist. So, ja. Hier sieht man jetzt, ist im Grunde genommen ein fast fertiges Dach drauf. Hier fehlen noch ein paar Stämme, sehe ich gerade da oben. War noch etwas gefuscht im Bau. Aber ansonsten habe ich hier unten... Fuscht am Bau! Fuscht am Bau. Ich habe für euch hier unten schon mal Schilder über die Türen gehängt. Ja. Dann könnt ihr euch dann euren Laden nach eurem Geschmack einrichten. Hier ist Enrico und drüben ist Anni. Ich habe dich hier drüben, Anni. Auf der Order-Seite. Bitte sehr. Jo. Ui. Da auch die Läden sind groß genug, da kann man was draus machen, oder? Jo, da kann man was draus machen. Genau. Und da ist der Fazzi. Da ist der Fazzi. Genau, unser Zwerg. Ja, genau. Sehr großräumig. Sehr schön. Sehr großräumig. Genau, damit man einen schönen Platz hat für Details und alles. Und die restlichen Räume hier unten sind noch frei. Da können dann zukünftige Ländereien ihren Laden eröffnen. Genau. Und ansonsten, ganz wichtig, damit ihr Bescheid wisst, ich habe hier oben schon mal ein paar Läden eingerichtet. Also, beziehungsweise Namen drüber gesetzt. Zum Beispiel einmal Blumenladen. Dann haben wir hier einen Modelladen. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Äh, wo kannst du mein Fenster zu? Dann haben wir hier Gemüse und Obstladen. Krasse Hintergrundgeräusche bei mir hier. Ich habe es mitgekriegt, ja. Dann eine Bäckerei. Da hattest du einen sehr schönen Namen dafür, Cedric. Den würde ich dann gerne nochmal hören bei Zeiten. Äh. Irgendwas mit Sternbäcker, oder? War es doch. Ja, ohne ER. Sternbäck. Ich schreibe das Mund drunter am besten. Genau. Dann haben wir hier eine Fischstube. Also, das sind alles zukünftige Laden, die hier entstehen. Wenn die sind noch nicht eingerichtet. Eine Fleischerei. Haben wir noch. Und was haben wir hier noch? Dann haben wir noch einen Musikladen. Und zu guter Letzt einen Fahnenladen. Apropos Fahne. Ja, Himmelsstern hat jetzt auch eine eigene Fahne. Und die sieht so aus. Blauer Banner mit weißem Kreuz. Mit einem schönen gelben Baum im Vordergrund. Mhm. Du isst es, genau. Das ist die neue Fahne. Und die Türme sind auch vorhanden. Alle, da können wir mal hochgehen und uns mal anschauen. Haben wir schöne Aussicht. Alle vier Türme sind vorhanden. Hier geht's hoch. Mit Lavasäulen in der Mitte zur Beleuchtung. Was ganz Exquisites. Was man dazu ja noch sagen muss. Der Bazar hat jetzt von allen vier Himmelsrichtungen die Eingänge. Genau, stimmt. Er hat jetzt von allen Seiten Zugänge bekommen. Und wir haben jetzt auch direkt mehr vor der Tür. Das kann ich euch auch mal zeigen. Das ist die Map sozusagen. Ich befinde mich circa... Wie viele Kilometer sind wir weg? 33? Äh, von mir? Ich glaube, hier 35 Kilometer Luftlinie sind... 35 Kilometer liegen wir entfernt. Also das sind nur für jetzt Informationen. 35 Kilometer entsprechen auch hier in Minecraft 35.000 Meter. Also 35.000 Blöcke. Korrekt. Ja, ansonsten hat sich natürlich noch einiges anderes getan. Wir haben jetzt ein neues Stadtzentrum. Das von den Dorfbewohnern sehr gut angenommen wird. Und zwar steht jetzt hier ein neuer Stern als Wahrzeichen für Himmelstern. Das haben Cedric, Anni und ich gemeinsam gebaut. Cedric hat es dann in die Tat umgesetzt. Und der Enrico hat unten einen wunderschönen Teich angelegt mit Beleuchtung. Der vor allem von den eisernen Kerlen sehr gut angenommen wird. Ja, ne? Da kühnen die immer ihre Füße ab. Genau. Wir haben jetzt übrigens hier Leutnant Iron Man. Dann haben wir General Eisenfaust. Den kennt ihr ja schon alle. Und da war nur noch jemand drittes vorhanden. Wer ist denn hier? Leutnant Iron Man. Nicht schlecht. Dann haben wir hier Leutnant Eisenstahl. Sehr gut. Genau. Also wir haben ganz viele. Wir haben hier ein paar Beete. Ein paar Blumenbeete. Und natürlich auch ein paar Felder, wo die Dorfbewohner sich Nahrung beschaffen können. Ja. Die Schmiede gibt es auch wieder. Genauso wie sie vorher war. Nur halt eben jetzt hier. Und natürlich hat sich hier einiges getan. Wie ihr seht, die Brauerei ist ziemlich gewachsen. Das ist jetzt da geht es zu. Schoschiko. Was denn jetzt? Redet weiter. Redet weiter. Okay. Wani, was sagst du dazu? Was meinst du zu dem Turm? Wo, wo? Auf der Brauerei. Der Turm auf der Brauerei. Jupp. Oh, schick. Schick. Der ist noch nicht ganz fertig. Das Dach fehlt noch ein bisschen an der Seite von der Brauerei. Können wir mal reingehen. Ja, wo ist er denn? Hat sich einiges getan. Hier ist er jetzt. Oh, es wird dunkel, glaube ich. Kann das sein? Gucken, gucken, gucken. Ja, hier wird das zukünftige Arbeitszimmer vom Braumeister sein, wo er dann Verträge abschließt oder Bier verkauft. Dann haben wir hier die eigentliche Brauerei, wo gebraut werden kann. Uh. Drei verschiedene Biersorten wird es geben. Welche das sein werden, könnt ihr ja mal Vorschläge machen. Eins wird Starkbier sein, denn das ist sozusagen das Hauptrezept von Heinrich Starkbier. So heißt nämlich unser Braumeister. Hier hat er einen Karren, mit dem er Bier transportieren kann. Und hier unten sind die Ställe für die Lamas, die dann das Bier bzw. den Karren ziehen. Und es ist Nacht. Es ist Nacht? Ja, es ist Nacht. So, meine lieben Freunde, der Aufnahme von mir. Meine Maus ist gerade alle gewesen. Alle gewesen? Oh, das ist schlecht. Ich habe die ganze Zeit gegen den Boden geguckt und bin weitergelaufen. Genau, das ist die Brauerei. Genau, hier unten haben wir den Brauerei Keller. Mit großer Netta-Warzen-Farm. Ordentlich was vorhanden. Müsste mal geerntet werden. Dann haben wir hier die Bierfässer im neuen Design. Die waren ja vorher etwas anders. Die habe ich nochmal umgebaut. Und wie ihr seht, gibt es jetzt hier drei verschiedene Röhren. Einmal ein Rohr aus Schwarzeiche, aus normaler Eiche und dann natürlich aus Fichti. Dementsprechend gibt es drei Biersorten, wie ja schon erwähnt. Genau. Und hier haben wir dann so ein paar Vorräte. Hier ist eine Gasträne. Closed-On haben wir ein bisschen mehr. Lohnstaub haben wir auch ordentlich. Redstone, wisst ihr ja, haben wir ordentlich rausgeholt. Gold haben wir auch. Dann die Glasflaschen fürs Bier. Und Magma-Cream. Genau. Ja. Was haben wir denn noch so? Hat sich noch was getan? Ach so. Ja, stimmt. Hier oben noch die Wohnung von Herrn Braumeister Heinrich Starkbier. Den Namen hat sich übrigens die liebe Jessie ausgesucht. Und auch als Duckside bekannt. Duckside. Duckside. Die dunkle Seite. Ich habe Entenseite verstanden. Nein, Duckside. 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 Genau. Und hier haben wir den großen Gärungssilo. Genau. Und dann gehen wir mal nach oben. Mal hoch in den Turm. Haha, da komme ich gerade. Ah, hier. Bist du denn, Cedric? Hm? Bist du denn lang? Cedric? Ja, ja. Lauf nur hoch. Ich warte. Da ist die Anni. Zack. Gehen wir einfach mal nach oben. Hier haben wir dann die Wunderhübschen. Der Gästeabschnitt sozusagen. Oder die Gastwirtschaft der Brauerei, wo dann getrunken und gegessen werden kann. Ich denke, es sieht schon ganz gut aus, oder? Was meint ihr? Jo, supi. Schön eingerichtet, finde ich. Sehr schick. Wo geht's hier hin? Da geht's dann hoch zu den zukünftigen Zimmern. Also wer nächtigen will, zum Beispiel. Ist allerdings noch nicht eingerichtet. Das muss noch kommen. Schick, schick, schick. Und wer möchte, kann einen wunderschönen Ausblick vom Turm ganz oben auf Himmelstern sich erhaschen. Wenn man ganz oben ist, hat man wirklich eine traumhafte Aussicht in jede Himmelsrichtung. Zum Meer, zum Gebirge. Heißt nicht umsonst Himmelstern. Genau. Sehr schön. Schöne Aussicht, oder? Die ist geil, die Aussicht. Ja, finde ich auch. Deswegen habe ich da den Turm auch so hochgezogen. Man hat jede Richtung. Und da unten seht ihr auch den zukünftigen Hafen von Himmelstern. Der natürlich noch entstehen wird. Ich habe so einiges vor, große Schiffe zu bauen. Vielleicht auch eine große Werft. Mal schauen. Leuchtturm, klar. Mauer, Pier, Lagerhaus. Alles was hat ihm zu einem Hafen gehört, aber das kommt mit der Zeit. Und da unten sieht man die Dorfbewohner. Hallo. Ah, da kommt der Cedric. Guten Tag. Guten Tag. Schau dir mal die Aussicht an. Sehr schön. Gehen wir hier zum Fensterchen. Wunderhübsch. Ja. Wunderhübsch finde ich auch. Und da sieht man auch jetzt nochmal die volle Pracht des Marktplatzes, der übrigens noch eine Glaskuppel in der Mitte bekommt, sodass das vollständig überdacht ist. Also da. Genau. Da hinten ist unser Wald, den wir auch vorher hatten. Jetzt ist er halt eben da etwas gelegen. Aber ansonsten hat sich nicht viel getan, außer halt eben der Marktplatz neu und die Türme sind halt eben fertig und der Brauereiturm. Ja. Genau. Und unseren Tunnel, den haben wir jetzt da drüben. Da drüben sind Tierschen? Da drüben ist der Tunnel. Der lag ja mal früher da, wo jetzt der Hafen ist. Der lag da. Da, wo jetzt der Weg. Der lag früher da. Aber da ist ja jetzt Meer und Hafen. Da macht sich ein Tunnel nicht sonderlich gut. Kommt da Meer an. Wir können ja mal runter zum Hafen gehen. Mhm. Dann schauen wir uns mal noch die Ecke ein bisschen an. Denn die Halbzeit ist ja schon rum. Mhm. Zwölf Minuten. Zwölf Minuten sind schon rum. Genau. Hier unter der Treppe geht's dann raus. Da muss man mal schauen. Hier müssen noch dann die Trichter entstehen für die Befüllung der Braukessel. Das ist auch noch nicht ganz fertig. Aber hier sieht man nochmal den Turm in seiner vollen Bracht. Hättest du ja was Besonderes vor, wenn ja drei verschiedene Holzstämme entstehen? Ja, drei verschiedene Biersorten, drei verschiedene Braukessel. Ah. Und es fehlen noch zwei verschiedene Brauarten. Bisher gibt es nur Starkbier. Das soll dann das hier sein. Ja, das ist natürlich... Ja, genau. Wir müssen mal überlegen. Ist ja gut. Falls daraus wird. Ja. Genau, dann gehen wir einfach mal runter. Hier habe ich jetzt vergessen, Druckplatten hinzulegen. Also müssen wir leider runterspringen. Oh. So, dann gehen wir mal zum Hafen. So. Ich habe auch wieder meinen Bogen, mein Diamantschwert, Axt, alles wieder vorhanden. Genau. Früher sollte ja mal ursprünglich das Rathaus in der Mitte entstehen. Aber das haben wir gestrichen, weil einfach zu wenig Platz in der Mitte war. Und haben uns dann für den schönen Stern entschieden. Mhm, ein schönes Wortzeichen im Zentrum. Genau so ist es hier. Voller Erde, voller Kies, Sand, alles Stein, alles abgetragen, was hier mal war. Und hier unten entsteht dann der zukünftige Hafen, etwas tiefer gelegen. Falls es mal zu einer Sturmflut kommt, dann wird nur der Hafen überflutet und nicht Himmelstern komplett. Deswegen ist der tiefer gelegt. Und hat dann sozusagen einen Wall, wo dann das Wasser nicht so schnell drüber kommt. Ne, darf nicht höher als sieben Meter werden, die Flut. Ja. Oder beziehungsweise acht Meter. Genau. So, und hier sieht man jetzt auch noch eine weitere Flagge. Also die linke ist ja von Himmelstern. Und die rechte Flagge, das ist die von Oritaria. Das passt ja super. Ja, finde ich auch. Haben Enrico und ich gestern mal ein bisschen rumgetüftelt, eine Weile. Habt ihr das hinbekommen? Oh, frag nicht. Das ist hochkompliziert. Wir haben eine gelbe Flagge gewählt, einen gelben Banner. Haben links und rechts, glaube ich, orangenen Farbstoff gewählt. Warte mal, ganz einfach rauszufinden. Ja. Orange, recht, Flanke. Orange, linke Flanke. Gelber Balken. Hellblaues Kreuz. Hellblaue Kugel. Also Baum. Ah ja. Ja. Sieht schick aus, finde ich. Was ist das, ein Banner? Was ist das, ein orangenes Banner? Nein, ein gelbes Banner. Ein gelbe, ah, da, da ja die, ah ja, da ja die gelbe Farbe, genau. Ja. Muss ich mir mal bei Gelegenheit kopieren. Kannst du machen. Ich habe aber noch ein paar Fahnen auf Lager. Wir haben nicht gleich gestern ein paar mehr gemacht. Genau, und hier ist auch noch Erde drin, genau. Ja, Freunde, das ist sozusagen unsere zukünftige große Baustelle. Der Hafen, den möchte ich erstmal angehen. Natürlich auch noch die anderen Projekte fertigstellen. Nicht, dass ich das jetzt so sehe. Also ich bin, ich bin echt begeistert von dem Turm, wie der strahlt da. Also der, der schaut richtig, den sieht man schon ganz von weit. Nein, der sieht, der sieht große Klasse aus. Bin ich echt zufrieden mit. Ist immer sehr erstaunlich, wie sowas von weiteren ausschaut. Ja. Ist bei mir auch immer so, wenn ich einen Turm fertig bekommen habe. Das sieht aber gut aus, oder? Ja, das schaut super aus. Genau. Ja, Freunde, und ich habe hier vorne schon mal abgezählt. Hier vorne entsteht der Hauptpier. Das ist ein 65 Block langer Pier, sozusagen. Und zwar wird er aus 13 mal 5 Segmenten bestehen. Denn das Schiff, das hier hinkommt, wird 65 Block lang sein. Das wird eine große Fregatte werden. Hehehe. Es wird mehrere Schiffe gehen. Es wird kleine, große Schiffe gehen. Handelsschiffe und natürlich auch Kriegsschiffe. Zum Schutz vom Wenzland und von Oritaria. Dann werden wir mal schauen. Das sind so große Projekte, die anstehen. Was halt noch so alles kommt. Und vor allem sind gemeinsame Aufnahmen geplant, denke ich mal. Oder, Cetrek? Jo, ganz viel. Ich spreche, denke ich, auch da mal für den Enrico. Der ist natürlich auch einverstanden. Genau. So ist es. Ja, dann... Was machen wir jetzt noch? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Äh, vier halben Minuten oder dreiehalb, je nachdem. Ja, es lohnt sich jetzt auch nicht mehr viel zu machen. Jo. Dann kann ich mal noch grundsätzlich ankündigen. Es wird weiterhin Sonntags Stream geben. Das bedeutet, dass Montags dann der Stream als Folge rauskommt. Dienstags wird kein Minecraft rauskommen. Mittwochs habe ich vielleicht geplant, ein anderes Spiel zu let's playen. Donnerstags wird wieder frei sein. Und Freitag gibt es dann wieder Minecraft. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los mit Sonntags mit dem Stream. Ich mache absichtlich nicht mehr Folgen, damit ich mir genau überlegen kann, was ich mit euch gemeinsam mache. Und was Offscreen entsteht, um halt eben nicht zu in Stress zu haben. Ich bin ja auch noch Student. Das Studium hat ja noch Vorrang vor Minecraft. Wie weiß Cetrek die Ausbildung zum Mechatroniker, richtig? Korrekt. Und die Anni wird ja im nächsten Jahr auch nicht mehr gerade so viel Zeit haben durch ihre Weiterbildung oder wie heißt es? Schulung. Schulung, genau. So ist es, genau. Ja, dann habe ich hier auch noch grundsätzlich mal was anderes angelegt. Das betrifft vor allem die Besucher. Gruß, Truhe, Arbeiter und Arbeitssachen. Ah ja. Jetzt habe ich mal erhandelt. Sehr gut. Das ist dann immer was für euch, wenn ihr mal zu Besuch seid. Und ansonsten haben wir natürlich hier Neta-Sachen, haben wir hier Cleanstone, Steinziegel, Kies und alles. So langsam wie in der Nacht. Genau, hier haben wir Klaas. Also ist alles noch vorhanden. Dem. Und Cetrek, du wolltest einen Banner haben, richtig? Einen Banner? Einen Banner. Ich auch. Ach so, ja. Ich habe da auch einen. Denk auch von, wahrscheinlich von Himmelstern und... Ah, eins. Sorretariat. Ich habe mir schon mal eins rausgenommen. Okay, hier ist noch einer. Und hier ist noch einer, bitte. Ich liege dann schon mal. So, habt ihr die? Ich auch. Ich liege mich auch nicht. Ich liege. Man wird schon wieder aufgestanden. Hier liegen zwei Banner vor der Kiste. Ich habe schon zwei. Hier, Hanni, hier vor der Arbeitstruhe. Anni verwirrt. Bitte sehr. Danke sehr. In der Schmiede waren wir, glaube ich, noch nicht. Ja, genau, in der Schmiede. Gehen wir mal da rein. Ich habe auch schon die Kohle gerade in der Tasche. Kohle, Kohle, Kohle. Genau. Kohle, Kohle. Ja, Major Eisenschläger. Den haben wir auch noch nicht vorgestellt. Major Eisenschläger. Genau, der ist auch noch neu. Wir haben jetzt auch zahlreiche Kartografen hier. Wahrscheinlich werden wir bald mal auf... Major Eisenhardt. Wie bitte? Der Major Eisenhardt steht auch noch vor der Schmiede. Ja, der Major Eisenhardt, genau. Und genau, hier seht ihr, ist alles eingerichtet. Hier ist Wieland. Bitte nicht die Tür jetzt öffnen, sonst ist der nämlich gleich draußen. Na, Wieland. Wieland Eisenhof. Also, du meinst, ich soll dir noch beschriften? Ja. Musst du noch einen Namensschild geben. Wo ich das mal gemacht habe, weil du tust da mit links das Trading-Feld öffnen und mit Linksklick aber auch den Namen vergeben über den Name-Tag und das ist ein bisschen schwierig. Ich habe das auch sehr, sehr, also mit dem Delay zwischen Schlagen und Klicken kriegt man das hin, aber das ist ein bisschen dämlich. Na, mal schauen. Mal schauen. Hier haben wir jetzt draußen noch die Tierfarm sozusagen. Wir haben hier einen Esel, dann ist da drüben ein Pferdchen. Esel. Allerdings heißt jetzt das Pferd Sternschnuppe. Hinter hier, äh, rechts, genau, da. Weil das Pferd jetzt, ähm, viel schneller ist und nicht mehr so ein Springer ist wie unser altes Pferd Jolly Jumper. Okay. Oh, das ist schnell. Das ist schnell. Wie eine Sternschnuppe. Sag ich ja, wie eine Sternschnuppe. Ganz schnell. Aber kann ich so hoch springen? Kann ich so hoch springen, genau. Und dann haben wir hier und die Kühe, drüben haben wir die Schafe und da sind unsere Lamas. Damals. Genau. Ich will auch welche haben. Ja, ich kann dir dir mal welche vorbeibringen. Ja, das wäre schön. Das wäre schön, ja. Bring ich dir mal welche bei Gelegenheit vorbei, genau. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss heute, denn die Aufnahme ist eigentlich schon längst überfällig. Die ist schon längst zu lang. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt. Ihr habt das letzte Wort. Ja, willkommen. Danke. Willkommen. Genau. Ja. Okay, Freunde. Macht es gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.